Bis 2030 will man in Österreich den Strombedarf zur Gänze aus erneuerbaren Energiequellen decken. Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, muss der Mobilitätssektor einen wesentlichen Beitrag leisten. Dieser Verantwortung ist man sich beim ÖAMTC Oberösterreich bewusst. 40 bis 60 Prozent der benötigten Energie erzeugt der Mobilitätsclub künftig mittels Solarenergie. In diesem Großprojekt steht die Linzer G-Tochter LES dem ÖAMTC in ganz Oberösterreich beim erneuerbaren Ausbau zur Seite. Es wird versucht, diesen Eigenstromverbrauch möglichst hoch zu halten. Was passiert da? Es werden zum Beispiel Wärmepumpen errichtet. Es wird geschaut, dass dieser Strom zur Verfügung stellt für die hauseigene E-Ladeinfrastruktur, sodass man schaut, dass man den Strom direkt in die Autos bekommt. Wir haben hier ein Energiemonitoringsystem auch etabliert, mit dem können wir diesen Eigenstromverbrauch noch weiter optimieren. Unserer Stützpunktbetrieb verbraucht den Strom primär während des Tages, dann wenn die Sonne scheint. Und das ist natürlich ein entscheidender wirtschaftlicher Vorteil, aber entlastet auch die Netze. Also es macht insgesamt sehr viel Sinn, diese Photovoltaikoffensive des ÖAMTC, neben den positiven Effekten für den Klimaschutz. Insgesamt 16 Stützpunkte des Mobilitätsclubs werden derzeit mit Anlagen ausgestattet oder erhalten eine Erweiterung der bestehenden Module. 1,1 Millionen Kilowattstunden Strom wird man so auf den Dächern erzeugen können. Man könnte rund 440 Einfamilienhäuser damit versorgen. Das ist schon eine Ortschaft. Die Photovoltaikstrategie des Landes sieht vor, bis 2030 sollen in Oberösterreich auf insgesamt 200.000 Dächern PV-Anlagen installiert werden. 2018 bin ich in der Regierung gekommen, da hat Oberösterreich 30.000 Anlagen gehabt. Im Vorjahr ist diese Zahl schon auf 75.000 geradezu explodiert. Was heißt das? Die Menschen machen mit. Die Menschen sind Teil der Energiewende und die Unternehmen eben auch. Und da ist heute ein wirklich guter Tag für die Energiewende in Oberösterreich, wenn der ÖAMTC alle seine Standorte jetzt mit Photovoltaikanlagen ausstattet. Neben dem Ausbau der Photovoltaikanlagen plant der Mobilitätsclub außerdem den Einsatz von Batteriespeichern, um so die Stromnetze zu entlasten. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf 1,8 Millionen Euro. Die Fertigstellung soll noch im Frühjahr 2023 erfolgen.